Was bringt hier ja nichts, wenn sie gegen Zwecke umschieben, dann können sie, wenn sie verlieren, dann sind sie ja wieder ein Punkt hinter. Dann brauchst du gar nicht mehr nach Hause, dann kommen sie ja schon. Ja, was willst du denn für 14 Minuten nach Hause? Ja, 8 Minuten nach Hause. Moin Junge. Und? Hast du wieder den Pistop-Fest? Gar nichts! Der hat selber gezogen. Ich denke, der hat kein Geld. Dann trinkt der Longdrinks. Vanillaloam. Mumba? Ach, der Mumba. Ich dachte, Vanillaloam. Das ist doch der, äh, ne, im Markt, ne, in dem Kreis. Ja, der Zuhörer hat. 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 Soll man noch einen nehmen? Ja, man muss klagen, oder? Ja, man muss klagen, oder? Ja, man muss klagen, oder? Ja, der Zuhörer hat. Ja, der hat mir heute Morgen was erzählt, dass er jetzt nicht kennt. Aber... Vielen Dank.